So Leute, ihr fördert dank eurer Spenden in unserem Hebdynia Bildungszentrum Die Ausbildungsstätte für Frauen, Hilfe zur Selbsthilfe, Frauenförderung, Nekose Diese Frauen hier lernen hier im Nekos und werden draußen einen vernünftigen Job dadurch finden Das ist unsere Ausbildungsleiterin sozusagen, die den Frauen das beibringt hier im Nekos Wir unterstützen uns dabei, dass wir diese Projekte dank eurer Spenden weiterführen können Dass diese Frauen einen vernünftigen Job dadurch bekommen, dass sie draußen arbeiten können dank eurer Spenden Und damit ist es sie eigentlich nicht so gut zusammen Und wir können das nicht so gut vornehmen, wenn sie dort arbeiten können, dass sie zurückgehen können Und da werden sie nicht so gut sieben in den Kamen Untertitelung des ZDF, 2020